Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Diego. Ja, die Vogelsberg, meine neue Lieblingstest-Map. Ja, drei Düngestufen hat er gemacht und jetzt muss ich sehen, dass ich auch drei Düngestufen auf den Acker kriege. Jetzt ist gerade nur der Schlöder frei, dann nehmen wir den Schlöder. Ähm, ich hatte kurz überlegt, ob ich eventuell, ah, wir haben den großen Düngerstreuer auch. Weil ich war überlegen, ob ich sogar spritzen soll, aber spritzen machen wir lieber, wenn schon Wachstum da ist, ne. Solange wie kein Wachstum da ist, nehmen wir Dünger und da ich den hier noch gar nicht richtig ausprobiert hab, und das hier meine Test-Map ist, können wir den eigentlich mal ausprobieren. Äh, wenn der gut funktioniert, also eine Plane hebt sich schon mal. Wenn der gut funktioniert, dann tue ich den bei mir in das Klassiker-Pack rein. Äh, für meine Oldies, ne. Der ist nämlich, glaube ich, ein bisschen, oh, ich hab falsch gefahren, na, ist egal. Ich hab ein bisschen falsch gefahren. Äh, wie rum fahren wir denn? Fahren wir hier so rum einmal? Müssen wir einmal dran lang, weil der hat immer Angst vor den Bäumen, ey. Ja, müssen wir halt zwei-, dreimal auffüllen. Das Schlimme ist, ich hab sogar noch, äh, ein bisschen was da liegen. Auf dem Boden hab ich das liegen. Weil ich, äh, umdisponiert habe, meine, ähm, Überladeautos. Ich hab jetzt andere Überladeautos. So, mach mal hier, bitte. Norbert, jo. Oh, du hast aber auch, ähm, ein Radius, da kriegst du ja nackte Angst bei, ne. Aber so ist das halt. Naja. Gut, dass der Diesel nicht so viel kostet und der Schlüter bezahlt ist. Sonst, hoffentlich sieht jetzt keiner von den Grünen, ey. Dann krieg ich noch massive Probleme hier. So, ich, gönne mir ein Schlicks hier einen Kaffee. Ne, ich bin, braucht meinen Stoff, wisst ihr, ne. Oh. War auch schon wieder kellerkalt. Ja, ansonsten würde ich heute gerne am Hof bleiben. Ihr habt, äh, beim letzten Video gesehen, was passiert, wenn ich den Hof verlasse. Ich komm die wieder nach Hause, ne. Stehe ich da oben. Sägewerk. Ne, ne, keine Angst. Ich hab den Weg nach Hause gefunden. Aber es war wieder lustig, ey. Hashtag orientierungslos. Mann, Mann, Mann. So. Also, äh, mein Bauchgefühl sagt mir, dass der das hier vorne wohl hinkriegt mit dem kleinen Streuerchen. Ja. Gut, warte mal. Äh, ich fahr dich mal einmal ans andere Ende. Weil hier hab ich ja mit, mit Gras säen so ein bisschen so ein Vorgemänn da reingemacht. Ich muss aber gucken, ob ich das hier im Editor wegkriege oder ob ich da zum neuen Spielstand anfangen muss. Ich hab die beiden miteinander verbunden. So, eigentlich müsst ihr die doch jetzt ganz tapfer durchziehen, oder? Komm, wir setzen nochmal einen drauf an, hier. Die Rita. Ja, die Rita ist, ist souveräne Fahrerin, ne. Also, wenn dann einer drauf hat, dann der Rita. Bisschen gucken hier, wie er wackelt und sich wehrt, aber die Rita zieht das durch, ne. Da kann der ruhig, äh, protestieren. Der Kleine. Ja, der Dinger ist schon schön geworden, ey. Der gefällt mir. Den werde ich erstmal schön in meinen Klassiker-Pack reintun. Der scheint ja zu funktionieren. Ich weiß gar nicht. Ich gehe mal davon aus, dass er lockfederfrei ist. Müsste ich mir nochmal genau angucken, dann. Ach, wieder Arbeit gespart, ne. Ich wollte den schon selber fertig machen. Und siehst du, manchmal ist es gut, wenn man ein bisschen wartet, ne. Da bekommt man, äh, so kleine Sachen auch einfach fertig quasi, äh, geliefert. Ja, du hast Angst vor der Straße. Ich weiß, du hast Angst. Ja, ja, komm. Du musst ja nicht auf die Straße fahren. Ich hab den Verkehr, hab ich ausgemacht, ne, aber... Ja, trotzdem. Mehr Angst als Vaterlandsliebe. Wenn er die Straße sieht, rastet er völlig aus, der Kollege. So, komm. Zieh einen dran lang. Rita. Ach, da ist die Marie. Okay, Marie. Marie, Marie, wo willst du hin? Marie. Och, Marie. Komm, wir fahren mal in Hand. Ich helfe dir, komm. Wieso drehst du denn hier um? Jesus Christ. Also, der neue Helfer ist nicht wirklich besser geworden, YouTube. Also, im LS meine ich, ne. Der hat doch schon... Gut, er krabbelt jetzt nicht mehr die Bäume hoch. Das ist besser geworden, das stimmt. Aber ich weiß nicht, äh... So langsam, äh, wünschte ich mir schon fast, äh, dass er die Bäume wieder hochkrabbelt, ey. Hätte auch nicht gedacht, dass das... Das scheint ja ein... Das scheint ja ein echter Klopper zu sein, sowas zu programmieren. Hätte ich nicht gedacht, auch. Oh, oh, oh. Rita, du musst jetzt hier durchziehen und... Und bitte richtig rumwenden, ne? Ich hab da vollstes Vertrauen. Gras mähen wollte ich. Das Heu neigt sich dem Ende entgegen. Ich muss dann erst kurz überlegen, was wir denn hier machen wollen. Wir müssen ins Heu. Ja, ja. Das... Wir bereiten das schon mal vor. Ich glaub, dieses Video schaffen wir das eh nicht mehr. Aber wir müssen das schon mal vorbereiten. Ich muss ins Heu. Ich weiß, die Muckus, die wollen immer noch, äh... Mischfutter, Mischfutter, Mischfutter. Ne? Kriegen die auch. Keine Angst. Alles schön hier auf Pöttinger. Diego mag Pöttinger. Ne? Muss ich ganz ehrlich gestehen. Ist halt so bei mir. War schon immer so gewesen. Diego mag, äh... Pöttinger, Deutz, Schlüter und Ermittrag. Warum auch immer? Und Lemken. Warum auch immer das so ist. Ich hab keine Ahnung. So, dann such dir mal ne schöne Wiese aus. Fahr nachschmarrn. Lass die Laterne in Ruhe, wenn's geht. Mach mal Innenansicht. Ulf guckt ja nicht zu. Also wenn Ulf nicht zuguckt, dann... ...darf ich auch manchmal in der Innenansicht fahren. Hier so ne schöne... ...so ein schönes Glasdach, ey. Das wünschte ich mir an dem M-Betrag. Dann könnte man besser Ballen stapeln. Bist du dreieckig, dann will ich dich nicht. Aber hier hinten war doch noch ne schöne Fläche. Müssen wir mal gucken. Hier hinten ist noch ne schöne Fläche. Die hab ich auch schon einmal gemäht. Ähm. Ich glaub, da hab ich auch Silageballen von gemacht, ne? Weißt du gar nicht mehr. So vage geht. Super. Hier ist ein bisschen eng mit der Zäune. Ich war auch schon mal überlegen... ...ob da eventuell die ein oder andere Kollision... ...vielleicht, äh... ...versehentlich verloren geht. Ah. Ja, das meine ich. Aber... ...ähm... ...ich hab Angst, dass das zu langweilig wird dann auf der Map, ne? Ich möchte mir das so ein bisschen... ...ja, dass man sich ein bisschen konzentrieren muss auch, wo man herfährt. So. Müssen wir mal gucken. Wir haben nämlich noch vier Heubelekes. Und ich mach extra schon nochmal zwei Silo, ein Heu. Ey, wenn der hier jetzt schön so ein Glastdach hätte, ne? Wär nicht schlecht, oder? Hier hatte ich Streit mit dem Pfeiler. Sind die alle umgefallen hier. Bin ich gegen den... ...gegen den Pfeiler gerumpelt. Naja. Wie gesagt. Wir wollen ja auch ein bisschen zocken. Wir wollen nicht nur basteln. Sonst, äh... ...müsste ich eigentlich auch noch... ...natürlich. Was ist passiert? Oh, der Packen, der war doch eigentlich safe. Dem ging's eigentlich gut, dem anderen Paket da hinten. Jetzt juckt mein Bart. Entschuldigung. Ähm. Ich könnte mal ein Video... Nein, ist egal. Das war ein anderer. Ist ein anderer Kanal. Ähm. War jetzt ein Insider. Hat vielleicht auch nicht jeder gesehen. Ähm. Ja. Hätte ich jetzt ein bisschen... ...überhaupt gar nicht mit gerechnet, ...dass der mir... ...den Haufen da umschubst jetzt. Verdammt. Na gut. Ich mein, das Zeug, das kommt eh alles, ne. Das wird alles verarbeitet hier. Und zumal ich hab auch keine Lust, dass alles... ...mit dem... ...das ist der Wickelballen. Die müsste ich alle mit so einem Greifarm da... Äh. Näh, 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 näh. Die bleiben jetzt schön so liegen. Müssen wir halt sehen, wo ich die nächsten Wickelballen hinstelle. Danke. Lass uns mal den Anhänger heile, wenn's geht. Danke. Jesus Christ, ey. Hier die Bälle kästen. Es war dunkel schon. Ich muss... Ich hab hier im Dunkeln Stroh hingestellt und sowas. Äh. Das hat nicht gut funktioniert. Muss ich verstellen. Die stehen alle schief. Die stehen gar nicht richtig an der Wand. Seht ihr das? Das ist komplett schief alles. Das geht besser, Diego. Ja, das... Auch ein Diego muss das besser können. So. Und gönn dir... Vorrat. Stell ich mir hier vor, ne. Wir geben das schon mal ne Mukus. Wir können die Mukus jetzt nicht ganz glücklich machen. Aber ich muss halt immer zwischendurch eine... ...eine Ladung den Mukus bringen. Damit dann irgendwann mal fertig ist, ne. Irgendwann ist auch genug, also. Ich hab ja nur 100 Kühe. So viel fressen die auch nicht, ne. Also ich hab hier mehr auf Lager, als dass die fressen. Und neues Reu ist auch gleich schnell gemacht. Und dann... Die haben keine Chance. Ist ein bisschen knapp hier mit den Zwillingen. Ich könnte die Zwillinge auch mal abbauen, aber... ...langweilig. Ah, langweilig. So. Das muss ja... Ich muss einfach fluchen, wenn ich in den Stall fahr. Hälfte haben wir gleich. Okay, okay, okay. Ein paar Grasballen werde ich auch pressen. Ich weiß, das ist nicht ganz richtig mit Grasballen. Oh, Laika. Warst du bei der Copperfield Show oder was? Guck mal, da haut die Sicht den Graspüschel. Nicht schlecht, Laika. Nicht schlecht. Komm, da machen wir jetzt mal ein Foto von. Wie die... Wie die Laika. Da mach ich auch ein Kringel drum. So richtig so, äh... Äh, äh... Wer nennt man das nochmal? Gibt's ein Wort für? Soll man eigentlich nicht machen mit diesen Kringeln. Aber da gibt's ein Kringel. Das, äh... Das muss einfach mal sein. Mit einem Pfeil. Ein Kringel und ein Pfeil mach ich da dran. Die Laika. So, halten sie an. Soll ich jetzt noch direkt noch ne Ladung machen? Ich könnte auch mal kurz gucken, wie's meinem Düngerstreuer geht. Der Düngerstreuer hat gleich bärenmäßig Kohldampf. Das muss ich, äh... Ja, du wartest hier. Ich muss das mal eben vorbereiten. Vorbereiten. Dass der... Gleich glücklich ist da vorne. Ich muss hier runter. Ich muss hier nach unten. Ich weiß genau, wo ich hin muss. Oh, wir müssen mal den Schweinen mal einmal feucht durchfischen. Wischen. Fischen. Mit dem Fischmob. Der Gute. War übrigens ein nettes Projekt damals, ne? Fischmob, ne? Der Einziger wird's vielleicht noch kennen. So, wir müssen hier vorne hin. Hier steht, äh... Ein Anhängerchen mit Dünger. Und eine mit Saatgut. Wir wollen nur Geschweiße haben, den mit Dünger. Und, das verrät uns das Fensterchen. Hier ist Dünger drin. Äh... Wieso ist denn hier offen geklappt? Jetzt haben wir die ganzen... Vögel da wieder reingekackt und sowas. Oh, Polen. Bei Dünger ist Vogelkacke nicht mal schlimm. So, kommen Sie hier mit. Ah, das war... Das ist sowas Feines, oder? Und ich hatte vorher schon gesagt, ne? Es ist echt ärgerlich, dass man den Standard, äh... Überladewagen nicht zudecken kann. Und jetzt... Zack! Wahnsinn, ne? Ja, ja, ich komm' ja schon. Ich komm' schon... Äh... Rita war das, glaub' ich, ne? Ich komm' zu dich. Muss ein bisschen gucken, dass mit dem... Oh... Was? Mein Kleider. Ist anstrengend hier? Ist aber doch recht weit gekommen. Ich hatte letztes Mal etwas Kino mit dem Befüllen. Und ich hab' ja mal gehört, das soll an dem CCM-Mod liegen. Ich weiß nicht. Ich kann das noch nicht bestätigen, so. Na? Ist nicht deine Marco, oder was? Kann der... Kann der überhaupt irgendwie hoch runter, oder was? Kann der nicht, ne? Nö, der kann nur... Ach doch, ne Maus hat er auch. Ach, der kann die... Die Räder verändern? Links, rechts... Oh, Donnerknisper. Dann machen wir die nicht mal auf gefährlich. Das wusste ich nicht mal, dass der das kann. Äh... Aber Rohr kann er nicht? Okay. Ähm... Ich glaub', man muss sich von hinten anschleichen. Dann mag der das lieber. Ich weiß nicht, warum. Der darf einen nicht sehen. Sonst, äh... Macht er das nicht. Wenn ich's nicht schon, äh... Schon mal gehabt hätte, würde ich sagen, es geht nicht. Aber ich hab's schon mal gemacht. Also muss es gehen. Ich glaub', ich bin zu nah. Oh, oh, oh. Ich kann dir gleich noch mal grubbern. Der ist alles hochverdichtet hier. Ah, ja. Trau dich doch. Ist doch nicht so schüchtern. Komm. Komm, du willst es doch auch. Ich wünsche mir so'n Laserpointer hier. Wir nehmen noch mal Anlauf. So, jetzt... Ich fahr' ganz langsam hier. Ich fahr' ganz langsam hier. Ah, der ist doch angezuckt gerade. Und das Schlimme ist, äh, mit F5 komm' ich auch nicht weiter. Ich hab' das schon mal probiert. Der zeigt nicht, äh, nicht genau an. Ja, ich steh' mittendrin. Aber irgendwie gefällt mir das nicht. Ich mach' F5 wieder aus. Das mag YouTube nicht. Wenn ich, äh, F5, äh, mache... Ach, jetzt kann ich das in diesem Video nicht mehr befüllen. Ich würd' das so gerne in diesem Video befüllen hier. Ich hab' das in diesem Video gezeigt, dass das geht. Ja! Sei doch nicht so schüchtern. Wenn ich jetzt vielleicht den anderen Schlepper hin- und herfahre. Mal kurz den Helfer ausmachen. Ja, ich weiß, der Tank ist leer. Und ich krieg' da nix rein in deinen Tank hier. Ja, wüsste, wo der, wo der das haben will? Ich glaub' dir, ähm, das hätte ich fast gesagt, der pisst da in so'n leichten Bogen raus. Äh, ich glaub' man muss so'n bisschen vorhalten, ne? Ich glaub' dieser, dieser Napf ist einfach zu klein. Den trifft er nicht. Tja. Äh. 30 Sekunden probier' ich das noch aus, und dann ist das Video zu Ende. Ich sag' jetzt schon mal, äh, Dankeschön, dass ihr reingeschaut habt. Ähm. Ah, wir haben ein Foto von der Leica gemacht, sonst würd' ich davon jetzt ein Foto machen. Ähm. Mir warst dann mal wieder eine Ehre, dass ich für euch mal wieder ein Let's Play aufnehmen konnte. Und, äh, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr euch die anderen Videos gerne auch angucken von mir. Und, äh, vielleicht sehen wir uns nochmal wieder bei einem anderen Let's Play, ne? Äh, Diego ist draußen und sagt, habt euch lieb. Und, äh, das ist ein aneinandergefuckeltes Video. Guck, es ging gerade und jetzt geht es wieder nicht, weil ich mich bewegt hab. Oh, ich... Dammte Axt, ey. Oh, ich mach mir einmal F5 drüben wieder. Es ging doch gerade. Ach, und jetzt geht es wieder nicht. Der YouTube der volle Strahl. Ja, oh nein, doch, vielleicht. Jetzt. Ja, es geht. So, das musste ich euch noch zeigen, so, jetzt ist gut.